Dekorative Lichterketten und vor allem Kerzen sorgen für eine warme, behagliche Atmosphäre. Frisches Moos, feuchtes Laub oder herbes Sandelholz. Angenehme Düfte, die uns auf einem Herbstspaziergang begegnen. Können wir so auch in unsere Wohnung bringen. Und wir waren für Sie unterwegs zum Thema Herbst. Die Herbstzeit hat begonnen. Auf was freust du dich am meisten? Auf die wenige Arbeit, die jetzt kommt. Ist die im Herbst weniger bei euch? Ja. Gemütlichkeit, Ruhe, wieder ein bisschen mehr zusammenkuscheln. Und vielleicht auch wieder umdekorieren daheim. Einfach wirklich wieder mehr Ruhe. Dass wieder mehr Ruhe einkehrt. Und ja, ich meine, ich mag den Sommer auch total gern, muss ich ehrlich sagen. Aber der Herbst bringt mich halt wieder mehr zurück in die Ruhe. Bei uns auf der Alpen haben wir das nebelfreie, schöne Wetter. Darf ich nachfragen, bist du Jäger? Ja, auch. Also hat ja auch jetzt die Jagdsaison wieder begonnen. Ja, voll im Gang. Auf die gemütliche Sturmzeit natürlich und aufs Kaffeetrinken bei der Emras. Da ist einmal die Bedienung sehr freundlich. Und den Sturm haben wir natürlich selber auch im Shop. Für mich ist der Herbst einfach am schönsten. Da kann man alles ernten. Wenn das Erntetang gefällt, ist ein Wunderschön. Und im Herbst, Motorradfahren geht immer noch. Das passt super, das. Und das zusammenkuscheln ist auch schön im Herbst, oder? Ja, mit meinem Motorrad. Ich hab keinen Freund. Ich hab mein Motorrad. Das ist mir lieber. Das kostet nichts, das braucht nichts zurück.